So Freunde, ich hab's ziemlich eilig und so ist mir spontan ein Prank eingefallen. Heute pranken wir spontan Serkan. Wir haben was krasses geplant und ich muss schnell mit seinem Auto wegfahren. Und ich warte auf das Zeichen von Erkan und wenn Erkan sich meldet, werden wir einen Umfall mit seinem Auto fahrtäuschen. So Freunde, ich sitze jetzt im Auto von Serkan und zwar, ich hab ihm gesagt, ich fahr Jodi abholen. Was eigentlich nicht stimmt, wir haben jetzt zwei Bilder vorbereitet, die wir aus dem Internet gesucht haben. Diese blende ich euch mal einmal ein hier. Ja, die sehen dem Auto wirklich ziemlich ähnlich. Und damit prämen wir auf jeden Fall Serkan und ich krieg gleich ein Zeichen von Erkan, dass die drehen gerade oben F und A. Und sobald die beginnen, rufe ich Erkan an und sage, ey Seko, ich hab einen krassen Unfall gebaut. Du musst mir hier raushelfen und blie und blab und blub. Der wird mir eh nicht glauben, der denkt, ich verarsch ihn, ich schicke ihn aber an die Bilder und dann wird das auf jeden Fall ziemlich realistisch. Und ja, mal warten auf seine Reaktion, Leute. Viel Spaß. So Freunde, was ich dazu noch sagen muss, ihr wisst auch bestimmt, dass Serkan sein Auto über alles liebt und wirklich alles dafür macht, damit es heile bleibt und sauber. Ich weiß nicht. Seko, es tut mir leid. Ehrlich, wenn du das siehst, es tut mir leid, Digger. Aber das musste sein. Das musste sein. Sorry, Digger. Wir ruhen sofort an und mal gucken, was Seko zu mir sagt. Bis gleich. Äh, die erste Frage, ich würde sagen, wir fangen bei meinem Laptop an, oder? So Freunde, wir rufen jetzt an. Die erste Frage? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hoffe, der tickt nicht zu sehr aus. Lass mich mal nahe, musst du auch nicht sagen. Warte. Hallo? Was für ein Klingelton, Digger? Ja, Adi. Und gerne würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage, go! Das musst du auch nicht sagen. Warte. Hallo? Was für ein Klingelton, Digga? Ja, Ali. Ich weine dich gleich, Digga. Geh mal bitte Serkan. Warum, Bruder? Wir kriegen gerade ein Video, Digga. Ja, ganz gut, es ist wichtig. Ey, Serkan, Ali. Wo ist ein Aussprecher? Ja. Ey, ich schwöre auf alle, sorry, aber ich bin... Ich bin... Ich bin gegen ein Auto gefahren. Digga, es tut mir gleich schlecht hier. Du laberst, Junge. Du bist jetzt nicht gerade mit dem Auto gegen ein anderes Auto gefahren. Doch, Digga. Schock Gott. Digga, komm mal bitte runter. Komm mal schnell. Digga, Ali ficken. Warte, ich schick dir Bilder. Warte, ich schick ja keine Bilder. Ist nicht so schlimm, aber guck mal bitte. Willst du mich gerade verarschen, Junge? Es tut mir leid, man. Digga, das ist nicht dein Ernst, dass du mich gerade ficken, Digga? Ey, Seko, man, es tut mir leid, man. Junge, du bist so ein Schwanz, Digga. Oder weißt du, das Auto... Das Ding ist... Das ist Jonis Bruder. Erst machen wir deine Kameras kaputt. Junge, das ist nicht dein Ernst, Digga. Ali, Mann. Mann, Seko, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, Digga. Komm erst mal runter. Wo bist du? Komm mal runter, ich fahre... Du bist so ein Schwanz, Digga. Du bist so ein Schwanz, Digga. Einfach ohne Filz. Ich schick dir Bilder, warte, ich schick dir Bilder. Warum packst du das Auto überhaupt achten? Was ist das für ein Schwanz, Digga? Warum packst du das Auto überhaupt achten? Was ist das für ein Schwanz, Digga? Was ist das für ein Schwanz? Leute, ich bin total am Zittern, weil... Ich habe Seko wirklich noch nie in so einem Zustand gesehen. Eieiei, der ist bestimmt richtig sauer auf mich. Das kann man noch gar nicht mehr ernst nehmen. Alles geht kaputt hier. So, Freunde, ich bin jetzt wieder unterwegs nach Hause zu Seko. Boah, ich weiß jetzt nicht, was er mit mir macht, aber... Der wird mich jetzt umbringen, Alter. Der wird mich jetzt wirklich umbringen. So, da müsst ihr jetzt direkt runterkommen. Ich habe das Auto so gepackt, dass er das nicht sieht. Kann die Seko noch runterkommen? Nein, die sind alle oben. Du hältst die Kamera bitte so auf mich, okay? Die ganze Zeit so. Du siehst hier das Bild, aber versteckt. Seko darf die Kamera nicht sehen. Seko, komm mal runter. Digga, ich bin gefahren mit dem Auto. Digga, ich bin gefahren mit dem Auto. Digga, ich bin vorne nicht gefahren. Der Vogel ist gegen mich gefahren. Ja, was bist du für ein Depp, Mann? Digga, ich habe gar nichts gemacht, Digga. Wo? In vorne. Digga, 1 auf C, Digga. Digga, 1 auf C, Digga. 1 auf C, ich mache dein Auto. Was ist los mit dir, Digga? So, Leute. Projekt erfolgreich. Der wird mir niemals wieder sein Auto anvertrauen. Wie heißt, Digga? Ich spüre, ich dachte wirklich. Digga, weißt du, wo wir die Bilder haben? Von Google, Digga. So, Leute. Auf jeden Fall. Prack erfolgreich. Ich bin echt am Schwitzen, Digga. Sehr kann ich sagen. Gerade einmal irgendwelche Kinder gut, Digga. Auf jeden Fall. Prack erfolgreich. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein.